Mit Menschen. Ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Aus dem Podcaststudio begrüßen euch Leverina Meingast, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse und mein Gast, die Unternehmerin Jasmin Mengele aus Nürnberg. 2010 startete sie von ihrem Wohnzimmer aus mit einem Foodblog, der immer erfolgreicher wurde. Mit Tipps zu Low Carb, also zuckerfreien und kohlehydratreduzierten Lebensmitteln. 2012 eröffnete sie Deutschlands erstes Low Carb Café in St. Johannes in Nürnberg, das dann später auch zum Restaurant wurde und hat parallel noch einen Online-Shop gegründet. Es folgten noch mehrere Bücher und zuletzt hat sich auch jede Menge getan, auch durch die Corona-Pandemie. In dieser Folge berichtet Jasmin Mengele als Unternehmerin von ihrem Werdegang und auch den Höhen und Tiefen, die sie dabei erlebt hat. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pürasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pürasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pürasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Willkommen, schön, dass du da bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wo kommst du denn gerade her? Ich komme gerade aus dem Büro, aus dem Online-Shop. Ah, okay, Online-Shop. Das heißt, hast du dann sozusagen den heutigen Tag für den Online-Shop reserviert gehabt oder wechselt es bei dir so total bunt hin und her? Das wechselt bunt hin und her, also je nachdem, welche Aufgaben gerade zu erledigen sind. Vielleicht die Hörerinnen, die dich noch nicht kennen. Wie würdest du beschreiben, was du machst, was dein Job ist? Ja, also ich bin Jasmin Mengele und habe eben 2012 die Soulfood Low Carb Area gegründet und damit möchte ich einfach alles bieten, was das Low Carb Herz begehrt. Was ist denn dann dein Lieblingsessen? Ja, also wenn es jetzt zu den deftigen Sachen geht, dann ist es sogar natürlich das Schäufele. Ah, ganz klassisch, okay. Aber auch Burger mit Low Carb Brötchen und was bei mir natürlich nicht fehlen darf, ist der Kuchen und so ist ja auch alles entstanden. Und Schäufele, was ist daran dann Low Carb oder ist es die Sünde, die man sich auch gestattet? Nein, auf keinen Fall. Das Schäufele ist Low Carb. Es wäre dann das Kloß, der Kloß. Aber ich esse es einfach gerne mit Sauerkraut oder Rahmwischung und dann dürfen es auch ein oder zwei Schäufele sein. Ah ja, sehr lecker. Und gibt es Sünden, wo du sagst, ach ja, ich esse es halt einfach so gerne? Also Sünden, die du dir ab und zu genehmigst. Gibt es da was? Also ich esse so keine kohlenhydratreichen Speisen mehr. Ich hatte mal versucht, mir zu überlegen, was würde ich denn essen wollen, wenn ich auf Kohlenhydrate nicht verzichten würde. Und habe dann wirklich ein, zwei Wochen lang überlegt, was ich essen wollen würde und mir ist nichts eingefallen. Was mir natürlich auch zeigt, dass Low Carb für mich genau das Richtige ist. Und so entstehen ja auch die neuen Produkte. Also ich wache vielleicht auf und habe Lust auf ein bestimmtes Gericht, sei es jetzt Kaiserschmarrn, Pancakes, Muffins, die ich gerne essen würde. Dann entwickle ich die eben in Low Carb, sodass ich die auch jedem anderen anbieten kann und dass man so nicht mehr drauf verzichten muss. Okay. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, dass du ganz viele Sachen eigentlich machst. Gibt es da so Highlights, wo du sagst, da hängt mein Herz am meisten dran oder das macht mir am meisten Spaß? Oder ist es diese bunte Mischung, die ja so nach und nach gewachsen ist? Ja, es ist auf jeden Fall das Zusammenspiel, weil es für mich einfach so eine Low Carb Welt ist, um die Speisen einfach Menschen anzubieten, die entweder einfach nicht zunehmen wollen, darauf angewiesen sind gesundheitlich oder einfach gerne essen ohne zuzunehmen oder einfach gesund gerne naschen. Und das gibt mir so viel, dass dieses Gesamtspiel einfach schön ist. Also auch so ohne schlechtes Gewissen, weil das, glaube ich, kennen die meisten, dass man dann eben doch so denkt, ach ja, so ein Stück Kuchen jetzt, aber dann eben so eine Sahnetorte haut halt dann doch rein, dass man denkt, oh, wie lange muss ich dafür aufs Laufband? Absolut. Der Gedanke irgendwie zu überlegen, was esse ich denn alles nicht, damit ich mir das Stück Kuchen jetzt gönnen kann, das war eben auch, waren Gedanken, die mich immer geplagt haben und die ich jetzt einfach gar nicht mehr habe. Im Gegenteil, ich wache auf und denke mir, auf was habe ich denn heute Lust, ohne da schlechtes Gewissen zu haben. Du hast ja mit dem Foodblog aus dem Wohnzimmer raus begonnen. Wie war das denn damals? Wie alt warst du und wie hat sich diese Idee dann, ich stelle es mir so vor, total spontan ergeben oder so nach und nach? Wie kam das? Ja, das war so mit Anfang 20 habe ich eben den Blog gestartet, weil ich einfach leider nicht zu den Menschen gehöre, die essen können, was sie möchten, ohne zuzunehmen. Im Gegenteil, ich schaue die Torte nur an und habe das Gefühl schon auf den Hüften gehabt und auch in dem Alter einfach schon das öfteren 15 Kilo ab und zu genommen. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch irgendeine Ernährungsweise geben, die schmeckt, die man langfristig durchführen kann, die gesund ist und wo man eben nicht auf Diät ist, sage ich mal. Und nicht diese Achterbahn hat, dass man dann wirklich eben so viele Kilos zu und abnimmt. Das frustriert ja auch unglaublich. Genau, also dieser Jojo-Effekt nach den verschiedenen anderen Diäten und die Heißhungerattacken, die man einfach hatte, die waren mit Low Carb einfach weg. Und da habe ich gemerkt, also es war einfach eine Ernährungsweise infolge der anderen Diäten, die ich einfach mal ausprobiert habe und habe gemerkt, wie gut es funktioniert. Also ich war gut gelaunt, ich konnte trotzdem irgendwie essen gehen oder mit Freunden was essen, ohne irgendwie auf Diät zu sein oder Ausnahmen zu machen. Es hat lecker geschmeckt, ich habe super gut abgenommen, ohne zu hungern und konnte einfach leckere Sachen essen und musste nicht verzichten. Und da habe ich gemerkt, okay, das, wenn ich schon vorher gewusst hätte, dann hätte ich viele Diäten nicht machen müssen. Und ich möchte einfach vielen Menschen zeigen, wie das funktioniert und sie daran teilhaben. Und so habe ich den Blog gestartet, weil ich einfach auch viele Versuche gebacken habe, die am Anfang vielleicht noch nicht so gelungen sind. Und da habe ich mir gedacht, die Fehler müssen ja andere nicht wiederholen und geben dann vielleicht schneller auf. Und deswegen habe ich das in meinen Blog geteilt und der hat super Anklang gefunden, ja. Und so wie ich es verstehe, siehst du es aber eben auch nicht als Diät, sondern als Ernährungsweise dauerhaft. Genau, das denke ich ist ganz wichtig für die Zuhörer, weil man eben doch Low Carb oft hört in dem Kontext Diät oder so und dann viele so denken, nee, das kann ja nicht gut gehen und dann eben schlägt der Jojo-Effekt zu oder so. Ja, Diät hat für mich dann auch oft sowas Negatives, dass man eben sagt, okay, es ist vielleicht auch Mangelernährung oder Verzicht. Genau, und das ist gar nicht der Fall. Also man kann eben sehr abwechslungsreich essen und die Ernährung einfach dauerhaft umstellen. Und auch für die ganze Familie, also ob Kinder, Männer, dann muss man nicht separat kochen, sondern es schmeckt eigentlich allen gleich. Und hieß der Blog dann von Anfang an Soul Food Low Carb Aria und hast du dann in der Küche eben, warst du kreativ unterwegs, hast du dann Bilder gemacht und Text oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ganz genau so. Also hieß schon immer Soul Food Low Carb Aria einfach, weil leckeres Essen, Genuss und eben Soul Food für mich verbindet mit, es waren sehr viele Backrezepte, deswegen Low Carb Aria, also quasi eine Low Carb Cafeteria und so hat sich das zusammengesetzt. Dann habe ich immer nach Feierabend gekocht und gebacken und als es dann angefangen hat, auch wirklich ansehnlich zu sein, habe ich die Kuchen mit in die Arbeit genommen, um einfach zu schauen, wie kommt denn der Kuchen an? Ist es denn jetzt ein Kuchen, den man vielleicht nicht jedem vorsetzen kann? Und das war eben genau nicht der Fall. Also die Kollegen haben sich immer sehr gefreut, dass ich den Kuchen mitgebracht habe und sie eben naschen können und dabei noch abgenommen haben. Und Arbeit war damals, glaube ich, im Bereich Konsumforschung, oder? Da hast du eine Ausbildung auch in dem Bereich gemacht? Genau, ja. Ich habe meine Ausbildung bei der GfK gemacht und da dann auch weitergearbeitet und parallel ein Wochenendstudium gemacht zur Kommunikationswirtin, ja. Und heute aber ist Soul Food Low Carb Aria dein Business sozusagen, oder? Genau, ich habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich habe gemerkt, es kommt einfach gut an und jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt in Nürnberg, das zu starten. Und habe mich dann einfach getraut, gekündigt und den Sprung gewagt. Ja. Und ist es so, dass das Kochen und Backen dir immer Spaß macht, dass es eben Hobby ist, wie du sagst? Oder hast du dann, weil es jetzt ja eben auch dein Beruf irgendwo ist, hast du noch einen anderen Ausgleich, wo du sagst, ja, wenn ich dann doch mal Abstand von dem Ganzen brauche, weil ja doch auch was dranhängt so als Existenz, was machst du dann, um zu entspannen? Ja, also dadurch, dass es wirklich Hobby und Beruf ist, ist es manchmal schwer, da den Ausgleich zu finden. Aber es sind einfach auch so viele unterschiedliche Tätigkeiten. Also auch wenn ich jetzt die Rezepte koche und backe, also entwickle ich die Rezepte, dann fotografiere ich sie. Das ist dann wieder ganz ein anderer Bereich und das Fotografieren war vorher schon immer mein Hobby. Deswegen ist das für mich dann schon ein Ausgleich, obwohl es Arbeit ist. Und es ist aber nie das Kochen und Backen gewesen, was mir viel Spaß bereitet, sondern einfach das Essen. Ah, okay. Ja, war auch eine gute Kombi, weil ohne das eine geht das andere auch nicht. Und wie schnell ging es dann, dass der Blog so groß wurde, dass du gedacht hast, ja, ein Kaffee würde doch auch gut passen? Ja, also ich habe dann so zwei Jahre gebloggt und habe dann gemerkt, okay, meine Gedanken kreisen auch einfach nur darum und jetzt ist so die richtige Zeit und ich möchte es einfach versuchen. Und da war ich 25 und habe mir gedacht, gut, wenn es einfach nicht klappt, klappen sollte, dann kann ich auch wieder in meinen alten Beruf vielleicht zurück oder was anderes machen. Aber ich wollte einfach starten und schauen, ob das funktioniert. Du hast es Schäufele schon erwähnt. Was bedeutet denn die Region für dich hier? Du bist hier geboren, hier aufgewachsen, du warst auf der Maria-Wart-Schule. Genau. War da auch schon Kochen und Backen als Jugendliche so dein Thema? Nein, ich habe einfach schon immer gerne gegessen und viel dann eben mit meiner Mama gekocht und auch natürlich von ihren Rezepten viel übernommen und Nürnberg war für mich einfach schon immer mein Zuhause. Also mit 16 bin ich ein Jahr in die USA und habe da ein Auslandsjahr gemacht und als ich zurückkam, wusste ich einfach sofort, okay, Nürnberg ist mein Zuhause und da möchte ich bleiben und möchte auch nirgendwo anders hin. Ja, schön. Und das Essen hier trifft ja auch deinen Geschmack. Auf jeden Fall. Und was sind so vielleicht deine schönsten Erinnerungen an die Kindheit und Jugend hier? Was verbindest du mit Nürnberg, da es dir so am Herzen liegt? Die Zeit war einfach immer schön. Also ich habe hier nie viele negative Erfahrungen gemacht und natürlich habe ich eine Kindheit oder Schule wie jeder andere auch, wo man mal gute Noten hat und mal schlechte. Aber ja, in Nürnberg habe ich mich einfach immer wohl gefühlt. Und du hast ja dann das Café und später bist du damit umgezogen, aber Café und Restaurant war ja beides in St. Johannes in Nürnberg. Bist du da auch aufgewachsen oder war das dann Zufall, der Standort? Also ich bin in Nürnberg-Nord aufgewachsen und habe zu dem Zeitpunkt in Johannes gewohnt. Von daher war das irgendwie naheliegend. Aber ich war nicht festgelegt auf den Stadtteil, sondern habe mich einfach umgesehen, was eben gut passen würde und wäre auch in andere Stadtteile gegangen. Aber da hat es sich einfach gerade gut ergeben, um das Café zu eröffnen. Das heißt, du hast da gesehen, da ist was frei und dann so gedacht, das wäre richtig schön. Oder war das so ein langer Prozess vorher, dass du irgendwie noch, weiß ich nicht, in dem Bereich Gastronomie irgendwie gedacht hast, da brauche ich noch Know-how, bevor ich diesen Schritt wage? Also das ging in der Tat alles recht schnell. Also ich habe dann die Entscheidung gefasst, habe dann auch gekündigt und habe dann mit dem Online-Shop relativ schnell gestartet, um einfach zu testen und zu sehen, ob Nürnberg schon bereit dafür ist und einfach auch zu zeigen, was es hier Neues gibt. Und habe die Sachen dann online verschickt oder ausgefahren und ein paar Monate später dann das Café eröffnet, damit die Leute einfach schon sehen, bei der Eröffnung, okay. Was sie da erwartet. Genau, genau. Und einfach schon zu sensibilisieren, dass sie dann zu uns kommen und so war es dann auch. Also es musste dann die Polizei die Straße räumen. Wow, das echt? Ja, was echt ein schöner Moment war. Das heißt, es standen so viele an und wollten rein, dass es dann chaotisch wurde? Ja, also das Café war sehr klein und schnuckelig, weil ich natürlich eben auch gesagt habe, ich fange jetzt damit an und ich muss ja auch alles selbst stemmen und also lieber fange ich klein an und habe das eben strukturiert im Griff, bevor ich jetzt gleich was Großes aufmache und dann war relativ schnell voll und die Leute auf der Straße gestanden. Ach, das ist auch ein Gänsehautmoment, wenn man da drauf hingearbeitet hat und eben auch, da steckt ja dann so viel Leidenschaft drin und Stress noch vorher gehabt wahrscheinlich. An dem Abend sehr glücklich ins Bett gefallen, oder? Schöner hätte ich es mir gar nicht vorstellen können, ja. Wie waren dann da die ersten Rückmeldungen? Ja, sehr positiv. Also ich hatte ja schon Angst, dass man vielleicht, also viele Leute haben mich auch gefragt, warum ich nicht in eine große Stadt, also größere Stadt gehe, wo ich dann gesagt habe, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Also für mich war klar, dass ich in Nürnberg bleiben möchte und hier was aufmachen möchte und musste aber eben einfach sehen, ob genug Nachfrage einfach auch da ist, weil es einfach eine ganz besondere Nische ist und die Rückmeldung war aber durchweg positiv, dass man eben einfach mal wohin gehen kann oder sich was holen kann, naschen kann, ohne da schlechtes Gewissen zu haben. Größere Stadt, das kam wahrscheinlich daher, weil der Blog sozusagen ja jetzt nicht lokal beschränkt ist, also du nicht nur hier Fans hast, sondern auch anderswo, oder? Die dir folgen? Ja, ja, der ist deutschlandweit, ja. Und wie kam dann später der Umzug? Da hast du dann gemerkt, okay, es funktioniert alles so gut, jetzt würde ich mich dann gerne vergrößern und jetzt zum Restaurant ausbauen? Ja, und vor allem war Low Carb für mich ja nicht nur jetzt Kuchen essen und Naschen, sondern natürlich auch ganzheitlich Frühstücken, Eis essen, Cocktails trinken, Burger essen oder allgemein auch Low Carb Nudelgerichte essen. Und da wollte ich einfach einen Platz bieten, wo man rundum sorglos sich Low Carb ernähren kann. Und ja, dann hatte ich die Möglichkeit eben so den Ort zu schaffen und bin dann umgezogen und habe mich dann vergrößert. Als du dann vorher noch die Arbeit auch hattest oder noch davor, hast du jemals gedacht, so Köchin wäre auch was für dich? Oder kam das dann wirklich eher über die Low Carb Schiene, dass es dann die Richtung wurde? Oder hattest du andere Berufspläne mal, wo du gedacht hättest, dass du Fotografin ist auch schön? Ich habe meine Ausbildung eben bei der GfK gemacht und dann kam dann schon relativ schnell mein Traum, mich selbstständig zu machen in dem Low Carb Bereich, ja. Wenn du jetzt eben viele Fans hast, beziehungsweise Blog oder auch Social Media, man kennt es und hört es immer wieder, dass es aber auch viele Kritiker gibt, machst du die Erfahrung auch oder bekommst du keine unschönen Nachrichten? Die Erfahrung muss, glaube ich, leider jeder machen. Also da das Internet anonym ist, wird einfach schnell mal was geschrieben, wo ich nicht glaube, dass mir Menschen das auch ins Gesicht sagen würden. Ist natürlich sehr schade. Leider nimmt man sich auch eine negative Nachricht mehr zu Herzen als viele positive. Das kann ich als Journalistin nur bestätigen. Und deswegen versuche ich da wirklich mir mal alle positiven Rückmeldungen, also kopiere ich mir die Texte zusammen und wenn mich dann irgendwas Negatives, was meistens nicht mal stimmt, beschäftigt, dann lese ich mir die wieder durch und dann weiß ich genau, warum ich das mache. Wie man es oft im Internet liest, scheint manchmal auch einfach ein Ventil zu sein. Also ist ja jetzt nicht immer konstruktive Kritik, die einen da erreicht, sondern halt jemand Anonymes, der irgendwie mal seinen Dampf ablassen wollte. Von all dem, was du erreicht hast, worauf bist du am meisten stolz? Oder womit hast du vielleicht auch nicht gerechnet, dass das so kommen würde? Du hattest ja dann doch den Wunsch nach der Selbstständigkeit schon früh, aber hattest du es so groß dir vorgestellt, wie es jetzt tatsächlich ist? Ja und nein. Also gehofft habe ich natürlich, dass alles wächst und bekannt wird und dass viele Leute die Leidenschaft teilen, aber ich hatte jetzt nie den Plan, es muss irgendwann ein großes Restaurant werden. Ich möchte unbedingt Bücher schreiben. Also diesen Zehn-Jahres-Plan hatte ich so nicht und habe mich einfach über jede Möglichkeit, die ich so bekommen habe und für die ich gearbeitet habe, sehr gefreut. Restaurant, heißt es, du stehst hauptsächlich in der Küche oder wie viele Mitarbeiter hast du inzwischen? Es wechselt. Also es sind zehn jetzt, seitdem das Restaurant zu ist, sind es zehn. Vorher waren es natürlich im Restaurant mehr. Und zu muss man sagen, Corona-bedingt. Herbst 2021. Jetzt hast du dich, wie ich gelesen habe, schwer an Herzens. Sehr schwer an Herzens, ja. Also ich musste, ja als Unternehmer muss man manchmal einfach Entscheidungen treffen, die einfach auch besser für alle sind. Klar, man hätte den Mietvertrag verlängern müssen zum Beispiel und ich hätte, mir war einfach unheimlich wichtig, dass meine Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz haben, wo ich jetzt nicht jonglier und schaue, ob es halt gut klappt und entweder ja oder nein. Sondern mir ist es einfach wichtig, dass es da strukturiert weitergeht. Und das konnte ich dann mit dem Restaurant einfach nicht mehr bieten und wusste ja auch nicht, wie sich jetzt die Lage verändert. Wie viele Plätze hattet ihr im Restaurant? 50. Okay. Und durch Corona war es dann eh schon schwierig, wahrscheinlich Abstand einhalten oder eben, wenn überhaupt offen sein konnte. Dann waren es dann schnell nur noch unter 20, ja genau. Und ja, es war natürlich, es war superschwierig dann für uns. Und deswegen habe ich einfach die Entscheidung treffen müssen, das jetzt zu schließen. Nach zehn Jahren Gastronomie ist vielleicht auch einfach der richtige Zeitpunkt und mich dann auf den Online-Shop und den Handel zu konzentrieren, damit ich auf jeden Fall sicherstellen kann, dass wir da weiter wachsen und weiter gedeihen. Das heißt, den Standort, das ist noch der gleiche, aber es ist eben kein Restaurant mehr, sondern ich glaube, man kann Sachen abholen, die man sich dorthin bestellt. Genau, also dort ist unsere Produktion und der Online-Shop, also alles an Backwaren, Kuchen, Brot, aber auch alle Backmischungen, Marmeladen und so weiter machen wir alles dort vor Ort per Hand. Und das Restaurant war quasi vorne an der Straße, das ist jetzt zu und im Hinterhof ist weiterhin die Produktion und da kann man jetzt online sich die Sachen eben bestellen und schicken lassen oder dort vor Ort am nächsten Tag abholen. Ja, jetzt ist Essen ja auch so ein emotionales Thema und du hast aber ja auch viel Kontakt eben zu den Menschen, die dir folgen und was du alles so machst und für Gerichte dir ausdenkst. Was sind da so die schönsten Rückmeldungen, die du bekommst? Weil ich kann mir vorstellen, dass eben doch viele auch da sehr emotional reagieren, wenn sie sich freuen, dass sie irgendwie jetzt, wie du es auch beschrieben hast, irgendwie einfach leichter durchs Leben kommen. Ja, also es sind Gott sei Dank auch sehr viele, wo ich mich sehr, sehr oft freue über jede positive Rückmeldung. Also sei es einfach Leute, die einfach viel abgenommen haben und endlich wieder genussvoll essen können und eben nicht auf Diät sind oder oft wird die Low Carb Ernährung auch bei Epilepsie empfohlen, wenn dann einfach Kinder, die lang nicht Süßes essen konnten oder wirklich immer drauf schauen müssen, da dann einfach genussvoll den Tellerplätzchen, Low Carb Plätzchen vor sich haben. Also das rührt mich schon sehr. Und Low Carb ist ja auch viel zuckerfrei, das heißt Industriezucker wird dann durch was anderes ersetzt? Ja, genau, komplett. Also alles an Zucker und Mehl ersetze ich eben durch entölte Nussmehle oder die Zuckeraustauschstoffe Xylit und Erythrit, die 100% natürlich sind und eben keine Kohlenhydrate haben. Und rund um sozusagen ja dein ganzes Business, das so gewachsen ist und eben auch schöne Rückmeldungen ja kommen von Fans. Was hat denn deine Familie gesagt zu all den Schritten, die du so gegangen bist? Ja, auf jeden Fall und da bin ich auch immer unterstützt und mir feste die Daumen gedrückt, dass alle meine Ideen wahr werden. Aber sie kennen mich ja auch alle schon sehr lange und wissen, dass wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dran arbeite, bis es klappt. Heißt du, du probierst ja auch viel Rezepte aus und bist da kreativ zu Gange in der Küche. Heißt das, das kann dann auch mal ausarten, dass du da viele Stunden stehst und wenn was nicht so klappt, wie du es dir vorgestellt hast, dann backst du halt nochmal und nochmal. Und nochmal und nochmal, ja sehr. Also meine Küche, in der ich kreiere, ist zu Glück, habe ich viel Fläche, wo ich abstellen kann und muss mir natürlich auch fein säuberlich notieren, was ich in welchem Versuch gemacht habe. Also es ist fast wie in einem Labor, dass ich dann weiß, wo ich denn weiterarbeiten muss. Und das ist ja auch so meine Kernaufgabe, die mir so auch keiner abnehmen kann, dass neue Produkte online kommen und dafür tiefe ich mich richtig. Das heißt, wenn so, weiß ich nicht, deine Familie, Freunde vorbeikommen und dann irgendwie merken, oh jetzt ist sie aber voll im Tunnel oder so, gibt es dann so Momente, wo sie sagen, oh jetzt lassen wir sie aber mal noch eine Weile da in Ruhe vor sich hin experimentieren. Ja, gerne. Also ich mache dann die Tür zu und dann weiß auch jeder Bescheid und wenn ich dann wieder rauskomme, dann habe ich auch eigentlich mein Ziel erreicht und gebe dann meine Versuche zum Probieren. Da freuen sich sicher alle, oder? Ja. Selbst du bist gern gesehener Gast auf allen Familienfeiern, oder? Ich bringe auch immer was mit, weil ich möchte natürlich niemanden in die Verlegenheit bringen, irgendwas Besonderes für mich zu machen. Deswegen nehme ich gern dann Kuchen zu Geburtstags feiern mit oder so, dass sich keiner Gedanken machen muss und trotzdem alle essen können, ja. Und was war bei all diesen Schritten, die du gegangen bist, vielleicht die größte Überraschung, mit der du gar nicht gerechnet hast, weiß ich nicht, ein Unterstützer oder eine Unterstützerin, die sich gemeldet hat oder andere Dinge, die sich ergeben haben? Ja, also als das perfekte Dinner angerufen hat, ob ich nicht da in der Sendung teilnehmen möchte, das hat mich sehr überrascht und war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und als mich dann der Verlag angerufen hat, ob ich ein Buch schreiben möchte. Buchverlag. Du hast mehrere Bücher geschrieben, so Rezeptbücher, auch ein etwas größeres, dickes Weihnachtsbuch, dann noch was mit Tarts und Tartlets. Wie ist da der Prozess des Schreibens oder arbeitest du gerade schon an einem neuen Buch vielleicht? Also bei den Büchern ist es dann so, dass wir natürlich ein Thema finden, worum es in dem Buch gehen soll, dann mache ich mir Gedanken, welche Rezepte da rein sollen, meistens dann mehr als wirklich reinkommen, weil dann mache ich mich an das Rezept selbst und es kommen immer nur Rezepte ins Buch oder auf den Blog, wo ich wirklich 100 Prozent dahinter stehe, wo ich sage, das ist gelingsicher, jeder kann das nachmachen und schmeckt eigentlich auch jedem und die Experimente lasse ich dann für mich und arbeite weiter dran und ja, bis es dann in den Druck geht und in die Buchhandlung ist es auf jeden Fall spannend und lang, also länger als ich mir je gedacht habe, was da an Arbeit dahinter steckt. Als Leser glaube ich auch, dass man denkt, es geht so ruckzuck sozusagen, aber dann doch ein langer Prozess, bis alles steht, alles fertig ist, dann nochmal Korrektur lesen, so schleifen am Ende, wo man denkt, man wäre schon fertig und es kommt doch nochmal Arbeit auf einen zu. Ja, und wenn man es dann aber in den Händen hält, dann ist alles vergessen und alles schön. Ja, wunderbar. Gab es auch Phasen, in denen du so richtig dran gezweifelt hast, ob das der richtige Weg ist? Ja, bestimmt. Also es gibt sehr viele Stolpersteine in der Selbstständigkeit. Also ich bin nie naiv an die Sache rangegangen und habe mich immer informiert, was ich machen muss, welche behördlichen Vorlagen es gibt und was ich irgendwie machen muss. Aber es kommt einfach immer wieder was, wo man irgendwie gucken muss, wie man da jetzt durchkommt, wie das gut funktioniert. Und es muss natürlich alles so nebenher passieren, neben dem normalen Geschäft. Und klar fragt man sich dann manchmal, ob sich dann der Aufwand lohnt, aber es ist so, ja, das Hobby und die Leidenschaft, die schon auch der Beruf sind. Aber ja, da denkt man dann einfach nicht mehr drüber nach. Also ich stelle mich dann der Aufgabe und überlege, okay, wie komme ich da jetzt gut durch und mache mir dann einen Plan und dann wird das einfach in Angriff genommen und dann, ja, klappt das auch. Und wenn man es sich jetzt so vorstellt, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass so die Kaffeeeröffnung und dann das Restaurant, dass das eben so ein wirklich großer Berg an Aufgaben ist, wo eben auch viel Verantwortung dran hängt, auch die Mitarbeiter und so weiter. Oder was war für dich so die größte Herausforderung, wo du wirklich dachtest, oh, jetzt geht es aber ans Eingemachte? Ja, man wächst mit seinen Aufgaben, die dann immer kommen. Also es gab dann einfach viele verschiedene. Klar, also die Größe vom Restaurant, dass auch immer genügend Personal da ist und wenn nicht genügend da ist, dann muss ich natürlich im Service sein, in der Küche und sich zerteilen. Genau. Und dann muss man einfach Prioritäten setzen und einfach durch. Also da gibt es natürlich keinen wirklichen Feierabend oder Wochenende und man muss dann einfach schauen, wie man eine Lösung findet. Ja, und das Buch hast du ja dann auch quasi neben dem Café und Restaurant oder eben alle Bücher sozusagen auch nebenbei. Hast du dann versucht irgendwie umzuschichten, dass das alles noch so hinhaut oder waren das einfach sehr viele Nachtschichten? Einfach viele Nachtschichten. Wahnsinn, okay. Und hast du auch Unterstützung bekommen, wo du sagst, ja, bei bestimmten Bereichen habe ich einfach geguckt, dass ich mir da noch Know-how dazu hole? Also ich habe, bevor ich überhaupt gegründet habe bei der IHK, so ein Training und eine Beratung genommen, wo man dann einfach auch geguckt hat, weil ich schon überlegt habe, mache ich nur den Online-Shop, mache ich nur das Café, mache ich beides, hat ja alles Vor- und Nachteile, weil man möchte beides gut machen, aber man muss sich ja dann auch irgendwie zerteilen. Andererseits hat man aber auch mehrere Standbeine und dafür habe ich mich auch entschieden und damit bin ich auch ganz gut gefahren und war da ganz froh, dass es Unterstützung gibt. Und was würdest du jetzt HörerInnen empfehlen, die auch gründen wollen, sowohl wo man sich vielleicht Tipps herholen kann, als auch so vielleicht für sich selbst, dass man sich auch nicht übernimmt? Was für Tipps würdest du jemandem geben, der noch ziemlich am Anfang steht, weil du hast den Prozess schon gut durchlaufen mit vielen Dingen, die du parallel jongliert hast, aber jemand anders denkt sich vielleicht, boah, wie schaffe ich das? Ja und das ist auch wirklich die Überlegung, die man haben muss, weil dieses Sprichwort selbstständig ist auch einfach wirklich so und das ist auch viel intensiver so, als man sich das in dem Moment denkt. Also man hat halt nicht Freitagnachmittag, also es kommt natürlich auf die Branche an, aber man hat normal nicht Freitagnachmittag dann frei und das Wochenende frei. Da muss man wirklich schauen, dass das irgendwann funktioniert, aber es ist halt nicht immer gleich nach zwei Jahren so. Und das muss man sich einfach wirklich überlegen, wie viel man bereit ist, denn an Leidenschaft da reinzubringen oder ob man gerne einfach eine Sicherheit hat. Und auch über welche Dauer oder ich könnte mir vorstellen, der Prozess ist ja nie ganz abgeschlossen, dass man immer zwischendrin sich fragen muss, wie viel Energie kann ich gerade noch geben? Wo stehe ich gerade? Wo entwickelt sich das Ganze hin? Was muss ich vielleicht auch gucken, wo sich es hin entwickeln sollte? Ja, auf jeden Fall. Also es war bei mir auch so, dadurch, dass ich natürlich erst den Online-Shop und das Café hatte und dann der Umzug zum Restaurant, dann habe ich mich zertifizieren lassen als internationaler Lebensmittelhändler. Also ich produziere auch Lebensmittel für Rewe und Edeka zum Beispiel und das war dann ja das nächste riesige Projekt, um da alle Auflagen zu erfüllen. Und dadurch kam einfach immer viel dazu und hat dann nie wirklich aufgehört, dass man sagt, okay, nach fünf Jahren ist alles so stabil und so mache ich jetzt weiter. Und da war natürlich jedes Mal die Überlegung, wie mache ich weiter, wie lange mache ich das? Und ja, aber noch ist meine Leidenschaft ungebändigt. Und gibt es schon weitere Projekte oder Dinge in Planung oder wo du drüber nachdenkst, das wäre noch so eine Zukunftsvision für in zehn Jahren oder so? Also gerade bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte, dass alles seine Struktur so bekommt, dass es wirklich gut läuft und ich viele Produktideen habe, die ich ja manchmal nicht verwirklichen konnte, die einfach noch in meinem Kopf schwirren, wo ich sage, die würde ich gerne eben aufnehmen oder in den Online-Shop bringen, dass wir die backen. Und das ist gerade so mein Fokus, dass ich die Ideen auch erstmal wirklich verwirklichen kann. Und wo nimmst du da die Inspiration her? Weil jetzt nach so vielen Jahren, wo du ja schon sehr viel gemacht hast, ja, wo holst du da noch weitere Inspiration her? Ja. Und wie ist da der Prozess? Also es ist wirklich immer noch so, dass ich einfach irgendwo sitze oder aufwache und mir denke, oh, darauf hätte ich Lust, das haben wir noch gar nicht und das möchte ich jetzt entwickeln. Und dann arbeite ich dran, bis es fertig ist. Manchmal geht es relativ schnell. Also wenn es einfach nur eine neue Geschmacksrichtung ist, dann sind es nur mehrere Wochen. Als ich jetzt meine neue Brotbackmischung entwickelt habe, war das wirklich auch ein Prozess von fast zwei Jahren, wo ich daran gearbeitet habe, dass die Strukturen und der Geschmack einfach so ist, wie normales Brot und lecker schmeckt. Das heißt immer wieder gebacken, immer wieder neue Zutaten probiert, um dann zu gucken, wie wird es am besten? Genau. Ja, da läuft der Ofen heiß. Ja, das glaube ich gern. Und dann auch auf Reisen, dass du da viel Neues ausprobierst oder und dir sozusagen für die Küche noch überlegst, oh, das ist noch eine Geschmacksrichtung oder in die Richtung könnte mal was gehen? Ja, auf jeden Fall. Also zu 90 Prozent ernähre ich mich auf Reisen auch weiterhin low carb, weil es mir dabei gut geht. Ich probiere aber regional dort auf jeden Fall immer, was es dort so für Geschmäcker gibt. Und auf jeder Reise mache ich einen Kochkurs. Ganz traditionell, ja. Am liebsten auch einfach bei einer Familie zu Hause, um da wirklich in die Küche eintauchen zu können und so viel, wie ich kann, mitzunehmen. Ah ja, spannend. Und was ist jetzt so von deinen Fans hier? Was sind da so die größten Renner? Was ist das beliebteste im Low Carb Bereich? Also ganz viel Brot und Brezen sind jetzt, habe ich relativ neu. Die sind heiß begehrt, aber eben auch alle süßen Sachen wie Donuts, Cupcakes, Kuchen. Das ist eben, wo man sonst denkt, die Sünde darf ich mir jetzt nicht erlauben. Und dann eben hast du quasi ein gutes Rezept parat, dass es auch super schmeckt und man es sich guten Gewissens gönnen kann. Und ich versuche auch immer einfach alles anzubieten. Also es gibt einmal das Rezept, wo alle Zutaten eben ja auch dastehen, die ich dann anbiete, wo man sich nur die Zutaten zulegen muss und selbst backen kann. Aber eben auch Backmischungen, die auf jeden Fall gelingssicher sind, wo man sagt, ich möchte zwar selbst backen, aber habe vielleicht nicht so viel Erfahrung und möchte auch einfach, dass es gelingt und möchte selber nicht so viel probieren. Dann sind die Backmischungen wunderbar und für alle, die einfach ja keine Zeit haben oder keine Lust haben, selber zu backen, aber kein Industriemist, sage ich mal, zu sich nehmen möchten, da backen wir dann einfach die Sachen und schicken sie per Post. Jetzt war Corona ja so ein verdammt großer Einschnitt auf vielen Ebenen, aber eben bei dir natürlich im Bereich Restaurant sehr stark. Wie denkst du da über die Zukunft nach? Also hast du vor, ein Restaurant wieder zu eröffnen, wenn die Lage irgendwie wieder etwas vorausschauen, das sich quasi gestalten lässt? Oder sagst du, Restaurant war es jetzt erst mal, ich konzentriere mich jetzt auf was anderes? Also ja, es war auf jeden Fall natürlich sehr einschneidend, die Situation und eben dann auch die Entscheidung zu schließen, aber ich habe mir die Entscheidung eben wohl überlegt und es ist jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auf Dauer eigentlich und es ist nicht geplant, ein weiteres Restaurant zu eröffnen, auch wenn die zehn Jahre wundervoll waren. Okay. Und was kommt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren? Neue Bücher? Rezepte, Produkte. Also alles in dem Bereich, da freue ich mich gerade sehr drauf auf viele Eisrezepte jetzt im Sommer und da konnte ich einfach gerade auch mit dem Restaurant natürlich weniger posten, wie ich eigentlich gerne gewollt hätte. Und da freue ich mich jetzt einfach drauf, die ganzen Rezepte und Produkte, die ich im Kopf habe, online zu stellen und an die Leute zu bringen und zu begeistern. Und der Blog entwickelt sich noch weiter oder sagst du, ich habe meine Fans so ziemlich und bin ganz happy damit, wo ich bin? Oder hast du da noch so, weiß ich nicht, bestimmte Bereiche, wo du sagst, da kommt jetzt noch was Neues dazu? Beides. Also ich bin super happy über alle Leser, die schon da sind, aber es gibt auch viele Leute, die uns einfach noch nicht kennen und meinen Blog noch nicht kennen, obwohl sie eigentlich sich so low carb ernähren sollten oder wollen, weil oft ist es auch einfach erstmal ein Versuch, dass man merkt, okay, mir geht es damit eigentlich richtig gut und ich möchte mich weiter so ernähren, weil ich sehr viele gesundheitliche Vorteile habe. Deswegen möchte ich schon natürlich auch versuchen, dass alle, die sich low carb ernähren wollen, auch auf dem Blog vorbeikommen und stöbern können. Und gibt es was in dem Bereich Ernährung, wo du sagst, das liegt dir irgendwie besonders am Herzen oder empfiehlst du manchmal Leuten auch, dass low carb nichts für sie ist? Es gibt ganz viele verschiedene low carb Formen, also mit unterschiedlicher Menge an Kohlenhydraten und dadurch auch Fette und Eiweiße und deswegen würde ich sagen, dass es eigentlich für jeden Geschmack eine low carb Form gibt. Man muss sie einfach nur mal ausprobieren und schauen, was für einen da am besten passt. Brauche ich ganz wenig Kohlenhydrate und mehr Fett oder relativ moderat wenig Kohlenhydrate und dafür kann ich vielleicht mehr Obst essen. Da gibt es so viele verschiedene Formen, wo man einfach mal ausprobieren muss, was für einen passt, aber dann ist eigentlich für jeden was dabei. Und über welchen Zeitraum sollte man das idealerweise testen? Also ab wann würdest du sagen, ja, nach so und so vielen Wochen kann man ganz gut zu einer Erkenntnis kommen? Also bei mir war der Test so, dass ich erst mal eben auf low carb umgestellt habe und das eben so ausprobiert habe und dann habe ich so nach ein, zwei Wochen schon gemerkt, okay, die Pfunde purzeln, das schmeckt alles gut, ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ich mache mal weiter, bleibt es so, genau. Und dann ist so nach vier Wochen, ist okay, das geht noch besser und ja, jetzt sind es zwölf Jahre. Aber ich würde sagen, nach zwei Wochen, vier Wochen weiß man schon auf jeden Fall, wie gut es einem tut. Ich teile einfach unheimlich gern meine Erfahrungen mit low carb und deswegen blühe ich dann auch immer auf, wenn ich Leuten erzähle. Also ich bin auf jeden Fall nicht auf Mission, aber jeder, der das so probiert hat, wo dann einfach sagt, wow, das funktioniert und das schmeckt und mir geht es gut. Das ist einfach so das Strahlen in den Gesichtern, wo ich mir denke, es muss jeder einfach mal ausprobieren. Und ja, dieses Gefühl von, ich habe keine Heißhungerattacken mehr, ich fühle mich gut beim Essen und muss nicht überlegen, was esse ich denn morgen alles nicht, damit ich das wieder ausbügeln kann. Das ist einfach so ein schönes Gefühl und so entspannend. Und bei mir hat sich früher einfach unheimlich viel ums Essen und Nicht-Essen gedreht, wo ich irgendwie aufpassen musste. Und jetzt ist das alles so entspannt und es ist so ein entspanntes Körpergefühl und Essgefühl, wo ich mir wünsche, dass da jeder hinkommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Wunsch, den, glaube ich, auch viele teilen. Und jetzt gerade im Sommer, eigentlich will man das Leben genießen und raus und dann umso besser, wenn man es sich schön schmecken lassen kann. Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst und alles Gute für dich. Vielen Dank.